Der FC Bayern musste in seiner Geschichte weniger Niederlagen hinnehmen als viele andere Vereine. Einige Pleiten blieben im kollektiven Bayern-Gedächtnis, jedoch als besonders einschneidend haften. Dazu zählt auch die 0-3 Schlappe bei Paris Saint-Germain Ende September. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hatte das Spiel zuvor zum Duell Altreich gegen Neureich erklärt. Nach dem klaren Sieg für die Neureichen Franzosen stellte er resigniert fest, das war nicht der FC Bayern München. Tags darauf wurde Trainer Carlo Ancelotti gefeuert. Am kommenden Dienstag ab 20,30 Uhr im Live-Dika steht das Rückspiel unter komplett anderen Vorzeichen an. SPORTN erklärt, warum die Bayern diesmal für PSG gerüstet sind, 1. Altmeister Heinz-Angelotti hatte in Paris seinen Rauswurf praktisch provoziert. Vor dem Spiel hängte er kommentarlos einen Zettel mit der Aufstellung auf Arjen Robben, Mats Hummels sowie die beiden Franzosen. Frank Ribéry und Kingsley kommen und saßen nur auf der Bank, Weltmeister Jérôme Boateng sogar nur auf der Tribüne. Damit brachte der Italiener gleich mehrere Leistungsträger endgültig gegen Sieg ab und sorgte für Verunsicherung auf dem Platz. SPORT1 Tippspiel jetzt die Champions League tippen und eine von zehn PlayStation 4 Pro gewinnen sein Nachfolger. Jupp Heinz bemühte sich dagegen sofort wieder um ein gutes Verhältnis zu den Leitwölfen, setzt auf ein festes Gerüst und klare Hierarchien. Bei Heinz wissen die Spieler, woran sie sind, 2. Taktische Ordnung Angelotti wollte in Paris die Mitte zu machen, um die PSG-Stars nicht ins Spiel kommen zu lassen. Doch Neymar, Mbappe und Co. wichen auf die Flügel aus und machten dort, was sie wollten. Zudem schockten die Pariser den Rekordmeister. Immer wieder mit schnellen Kontern. Hankes hat den Bayern eine funktionierende taktische Ordnung verliehen, die Defensive agiert nun deutlich ausbalasierter als unter Angelotti. Im letzten Spiel gegen Hannover leisteten sich die Münchner zwar ein paar Nachlässigkeiten, Jérôme Boateng warnte. Nach dem 31-Sieg, das kannst du gegen Paris nicht machen, sonst schießen die dich ab. Grundsätzlich sind die Bayern in der Rückwärtsbewegung jetzt aber wieder auf Top-Niveau. So naiv wie im Prinzenpark werden sie sicher nicht mehr verteidigen, 3. Fixpunkt Martínez. Javi Martínez ist ein Hauptgrund für die neue Stabilität der Bayern. In Paris musste der Spanier noch als Innenverteidiger spielen, seit Hein Christa ist. Spielt Martínez wie in der dritte Saison 201.213 ausnahmslos im defensiven Mittelfeld. Als Fixpunkt auf der 6 bringt er Ruhe und Ordnung ins Spiel der Bayern. Mit Martínez in der Mitte sind die Bayern so gut abgesichert, dass sie diesmal auch auf den Außenbahnen verteidigen können. 1,4. Rückhalt Ulreich im Hinspiel war Sven Ulreich noch ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Bei zwei Gegentoren sah der Ex-Wiff-Klipa nicht gut aus. Mittlerweile ist Aus Ulreich ein würdiger Vertreter von Manuel Neuer geworden. Der 29-Jährige strahlt Sicherheit aus und hält auch einmal einen unhaltbaren. Vor dem Duell mit PSG sagte Ulreich wir wollen natürlich einen anderen FC Bayern. Sehen als im Hinspiel, wo wir einfach kein gutes Spiel gemacht haben. Da wollen wir möglichst gewinnen und zeigen, dass es im Hinspiel nur ein Ausrutscher war, 0,5. Krieger Vidal unter Angelotti war Vidal oft nur Randfigur. Im Hinspiel tat der Chilene sein Bestes, aber meist als Einzelkämpfer. Heinckes ließ Vidal wieder volles Vertrauen spüren. Man arbeitete schon in Leverkusen zusammen. So wie er jetzt spielt, ist er aus der Mannschaft. Nicht wegzudenken, lobte Heinckes bei einem Funklubesbuch am Sonntag. Vidal ist wieder der Krieger, als der er einst geholt wurde. Er kämpft in der Defensive und ist in der Offensive gefährlich. Gegen Hannover markierte er per Kopf den Treffer zum 10. Ein Vidal in Topform wird auch den Superstas aus Paris. Probleme bereiten, 0,6. Wirbel Wind Kuhmann sein Platz auf der Bank im Hinspiel war besonders hart. Für Kuhmann wurde er doch im Jugendinternat von PSG ausgebildet. Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub sagte der 21-Jährige natürlich bin ich da sehr motiviert. Das Rückspiel gegen Paris kommt zum idealen Zeitpunkt für den Franzosen gegen Hannover, spielte er. So gut wie vielleicht noch nie im Bayern-Trikot, Kuhmann lüht derzeit regelrecht auf. Gegen PSG kann er wieder für Wirbel auf dem Flügel sorgen, 0,7. Angeschlagene Paris-Azout beginn der Saison weitste PSG mit. Den teuersten Sturm der Welt alles platt. Neymar, Mb, Abbe und Cavani waren nicht zu stoppen. In den letzten Spielen ist Sand im Getriebe. Der 21-Jährige sieht in Monaco und der 20-Jährige erfolgt. Die Treues waren eher wieder. Am vergangenen Samstag dann die Blamage eine 12 Pleite bei Aufsteiger Racing Straßburg. Es war die erste Niederlage der Saison für Paris. In dieser Form könnte gleich die zweite folgen. Am Dienstag in der Allianz-Awe. 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 Bis zum nächsten Mal.